Achtung, jetzt kommt ein Karton. Hallo Slangliebhaber, ich bin der blaue Sousa und als Weltenbummler hier in Japan unterwegs. Na eher als Welten-Slängler, als ob eine Slange je bummeln könnte. Junge, hab ich einen Appetit, werd mich mal umsehen. Was ist das? König Kiochis Hühnerfarm, heim für zum Fingerabflecken gut gebratene Hühnchen. Da wo Hühner sind, da sind auch Eier. Und Eier sind meine Lieblingsspeise. Ich flüpf rein und schnapp mir ein bisschen. Was karkast du so, was gibt's? Habe Freude zu vermelden. Ergebenste Frau hat Herrn und Meister soeben ehrenwertes Ei geschenkt. Ach so, werde Vater sein von Nummer Eins Sohn. Muss Enten Bescheid sagen und Kichas und anderem Geflügel von bevorstehenden Ereignissen. Keine Ahnung hat er, dass das Dünnchen von Nummer Eins Sohn's Sohn geschlagen hat. Schlange! Ah, so! Der und Klug Nummer Eins Sohn von Meisterkämpfern zu entführen. Okay, okay, mach nicht so einen Wind. Von mir aus behalte deinen Eierkuchen. Eierkuchen? Ist Eierkuchen Ehrenwette Sohn Nummer Eins? Eierkuchen? Was für eine Beleidigung! Oh! Jetzt muss ich nur noch dieses Ding hier anstellen und Sohn's Essen zeigen. Aha! Schließlich doch noch Erfolg. Du, du sieben Jahre alte Sohleidu! So ein Gauner hat er mich doch tatsächlich drangekriegt. Was gibt es ehrenwerter Gattesan? Beobacht! Ich nehme zukünftige Nummer Eins Steuerabschreibung aus Nest und ersetze durch Glasei. Glasei? Ja, Glasei! G-L-A-S-Glas! Aber wozu denn? Will der mit Schlange einen Streich spielen? Komm, wir verstecken uns! Aha! Niemand passt auf das Nest auf! Jetzt ist meine Chance da! Junge, war das kalt und ziemlich geschmacklos! Auf jeden Fall mache ich, dass ich hier wieder rauskomme! Entschuldigung bitte, aber ich suche nach fehlendem Eilschlangesagen! Oh! Du hast dein Ei verloren? Ja, das ist aber schade! Was ist das für merkwürdige Beule? Beule? Ach, dieser Klumpen da! Ach das da, das! Äh, das ist mein Adamsapfel! Sehr merkwürdiger Ort für Adamsapfel! Naja, das ist einer von der Sorte, die Überwinter nach Syden ziehen! Oh, verstehe. Dann Sayonara! Sayonara?! Ist's mir auf den Leim gegangen? Oh, armer Schlange sahen, hat aus Adamsapfelantoß gemacht! Ich will einen dahin bringen, wo es absolut sicher ist. In einen Safe. Aha, da kommt mein Frühstück. Ach, du große Himmelsflange. So was nenne ich aber mal ein Ei. Wenn du hattest, dieses Eile gestanden. Heiliges Sokio. Nummer 1 Sohn ist ganz schön groß für sein Alter. Bringe besser einen zu Mamas Ahn. Ehrenwerter Papasan, was drückt dich? Mein Rücken, was soll sonst schon drücken? Ich hab mein Brustbein strapaziert, beim Tragen von Nummer 1 Sohn. Schau, er schlüpft so. Takien, bist du mein Papa? Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Was? Das ist mein Kind. 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 Also, sei lieb und koch die Frühstückseier nicht zu hart. Das ist mein Kind. Sayonara!